Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen. Heute geht es mal wieder um was Militärisches und zwar habe ich hier zwei Postkartensätze liegen, die von der Militärhandelsorganisation verkauft worden sind. Ich hatte ja schon mal ein Filmchen gemacht mit den Postkarten, die bei der Bundeswehr im Mannschaftsheim verkauft worden sind und das ist jetzt halt das Gegenstück dazu. Die Postkarten, die vom Militärverlag der DDR in Berlin gedruckt worden sind. Hier haben wir zehn Postkarten mit Zeichnungen, erste Auflage. Ich tippe mal die 5,88, das gibt das Datum an. Gesamtherstellung Druckwerke Reichenbach, Träger des Ordens Banner der Arbeit. So, und dann habe ich hier noch einen Satz. Das ist dieser hier. Der ist von 5,89. Ich tippe mal, dass wirklich das Druckdatum ist. Ja, viel Spaß beim Angucken der Postkarten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.